Was hast du gemacht? Ich bin ein Rassist, die Königin! Ist schon gut. Majestät, ich bin untröstlich. Majestät. Keine Angst, ich gehe nicht mehr zurück. Eben, lassen wir den Zidane in ihren häuslichen Frieden. Wenn sie ihren Mann so liebt, dass sie nach dieser Prügelei noch in Schutz nimmt, dann soll er sie ruhig weiter prügeln. Aber Majestät sind gerade noch ganz erhitzt. Ich fürchte, Majestät werden sich erkennen. Ja, hoffentlich nicht. Es ist nur ein Glück, dass mich der Kaiser in diesem Aufzug nicht sieht.